Ich hoffe euch geht es gut und ihr seid gesund und wenn wir uns jetzt gleich die Hot Wheels angucken, dann geht es euch hoffentlich noch besser. Manchmal taucht immer noch die Frage auf, woher weißt du eigentlich welches Hot Wheels Auto selten ist, wertvoll ist und worauf achtest du, wenn du im Laden bist, woher weißt du, wonach du suchen musst und das Thema werden wir heute klären und dazu gucken wir uns mal die aktuellen Cases an. Vor knapp drei Jahren wusste ich noch gar nichts über Hot Wheels, mittlerweile weiß ich ein bisschen mehr und manchmal mache ich immer noch den ein oder anderen Fehler oder sage was falsch und ich freue mich natürlich, wenn ihr mich dann korrigiert und mir einen Kommentar hinterlässt und ich dann auch wieder was dazu lerne und ich hoffe natürlich, dass ihr auch was von mir lernen könnt und wenn nicht, dann habt ihr hoffentlich trotzdem eine schöne Zeit gehabt mit den Videos. Ja, NCase ist gerade aktuell, was ich jetzt so ein bisschen mitbekommen habe, da haben schon ein paar Leute hier den Porsche Super Treasure Hand gefunden in Deutschland, was ich natürlich schon heftig finde. Schönes Auto und Glückwunsch an die Leute, die das gefunden haben. Das würde ich, da würde ich mich auch freuen, den mal zu finden. Viele Super Treasure Hands haben wir noch gar nicht gefunden. Letztens aber den Shelby GT 500 in lila, der jetzt auch dieses Jahr rauskam, das haben wir im Marktkauf gesehen und das war ganz hinten versteckt und ich wusste natürlich gleich, dass das ein Super Treasure Hand ist. Als ich die Räder gesehen habe, die haben nämlich von Weitem schon so geglitzert, dann wusste ich direkt, da habe ich einen Super Treasure Hand. Ja, NCase, das hier. Ach übrigens, ich bin hier auf dem Kanal von Ministry of Diecast, habe ich ja im letzten Video schon mal erwähnt. Der lädt nämlich so Hot Wheels Videos hoch und zeigt die aktuellsten Hot Wheels und im Vorfeld natürlich auch das, was in Zukunft rauskommen wird. Und der hat hier das M Case geöffnet mit dem Mighty K als Super Treasure Hand. Den haben ja auch viele gefunden. Wir in Deutschland und in Europa hier haben ja die Short Card, also kurze Karte. Hier in Amerika haben sie ja immer die lange Karte. Was besser ist, ist jedem selbst überlassen. Ich persönlich finde die kurze Karte viel hübscher und weil wir das Case schon kennen und jetzt demnächst hier das NCase auch so langsam in die Läden kommt und ich habe das Gefühl, dass die neuesten Autos immer zuerst im Norden Deutschlands oder Osten Deutschlands zu finden sind und dann eher mehr so im Westen und dann im Süden nachkommen. Vielleicht irre ich mich auch so. Da aber vielleicht könnt ihr das bestätigen oder oder verneinen. Habt ihr das gehört? Das war ein Schreckensatem, denn ich habe hier gerade diesen Porsche gesehen. Das ist hier der Porsche Super Treasure Hand, den man auf jeden Fall finden möchte. Den gibt es natürlich auch als ganz normalen Mainlinern mit Plastikrädern und einer blauen Lackierung. Hier haben wir in diesem Fall die schönen Gummireder mit den schönen Felgen mit der goldenen Umrandung und die Spectra Flame Blue Lackierung. Und natürlich gibt es auf der Karte hinterm Auto die goldene Flamme, was wir jetzt hier aber nicht sehen können. Und passend dazu gibt es auch einen Treasure Hand und das ist der Tuned Volkswagen Golf MK1. Auch richtig schön mal so einen Volkswagen als Tuned zu sehen oder Tuned. Tuned heißt ja immer, dass die Autos so ein bisschen zerquetscht sind und ein bisschen enger gemacht worden sind. Und das hat auch noch mal so ein schönes, so einen schönen VW, ja so eine schöne VW Lackierung, so ein Design, so ein Logo. Und die kann man finden. Der hier, der Volkswagen Tuned, der hat eine graue Flamme und ist ein Regular Treasure Hand, hat Plastikräder und dieser Porsche hat Gummireder, Spectra Flame Lackierung und eine goldene Flamme. Das wird auf jeden Fall cool sein, wenn wir das finden. Ich spüre mal ein bisschen vor hier, was er alles rauszieht. Eine Corvette Convertible, das müsste eine Recaller sein, das kennen wir ja schon. Jeep ist nicht so meins. Toyota gab es ja auch schon sehr viel von diesen Dingern hier in anderen Farben. Ein Mustang, Drag Race Car, Funny Car, Corvette auch nice. Aber ich bin jetzt nur auf den Super Treasure Hunt Highs, muss ich ehrlich sagen. Alles andere würde ich jetzt nicht mitnehmen. Aber der ist cool. 100.Weg Type R, diesmal mit einer Polizei Lackierung und japanischem Schriftzug. Das finde ich gut. Honda Civic Type R haben wir ja schon sehr viele gesehen, aber von Hot Wheels Rescue mal ein sehr schönes Ding. Mercedes-Benz in Silber haben auch schon einige gefunden. Ist ein Recaller, gab es ja vorher in Schwarz. Mal sehen, in was für Farben das Auto denn noch rauskommen wird. Ach übrigens, dieser Mercedes hier in Silber, der kommt noch mal als Super Treasure Hunt für das Jahr 2040. Ich glaube, Arcaze 2000, habe ich 2040 gesagt? 2024. 2024, Arcaze denke ich, sollte das als Super Treasure Hunt in Rot kommen. Dann haben wir hier so ein Jaguar, richtig cool. Paeson Gasser, Batmobile. Natürlich überspringe ich auch ein paar Autos, wenn ich hier immer fünf Sekunden vorspule. Oder vielleicht auch nicht. Tesla Roadster, den habe ich auch. Ihr seht es, vielleicht ganz klein hier. Da hängt er an der Wand. Tesla Roadster, aber das war, glaube ich, der erste Tesla Roadster mit, wo das Auto ins ins All geschossen wurde. Da gibt es einmal als Version mit Fahrer und einmal ohne Fahrer und ich habe die Version ohne Fahrer und so einer schönen blauen Karte aus, ich glaube 2000. Ja, das Auto ist von 2008, aber wann das Hot Wheels Auto erschienen ist, weiß ich nicht mehr. Muss ich mal, muss ich mal nachher gucken. Ja, was haben wir noch so schönes? Ein Bus, Mazda Savanna, haben wir ja schon in grün gesehen. Schwarz sieht auch nicht schlecht aus. Hier, das ist dieser Mighty K, wovon ich gesprochen habe. Aus dem MKs ist natürlich hier das normale Auto mit der roten Lackierung. Plastik Rädern und ja, deswegen, also ihr müsst einfach nur gucken, dass ihr hier Super Treasure Hunt bekommt. Wenn ihr diese Autos, wenn ihr diese Autos im Laden seht, dann wisst ihr schon, dann wisst ihr schon, aha, wir haben hier es mit dem N Case zu tun und normalerweise kommt ja nach dem Buchstaben N, das ist der Buchstabe O. Aber, da O ja übersprungen wird, wie ich ja schon mal gesagt habe, I und O wird es ja nicht geben oder gibt es nie. Deswegen ist das nächste Case nicht O, sondern P. Und hier ist der Treasure Hunt, der Volkswagen Tuned. Sehr schönes Ding. Da ist die graue Flamme. Cooles Auto. Fiat 500E haben wir ja schon in so einer grünen Farbe gesehen. Minzblau, grün. Ja, vieles ist Recolor, deswegen spule ich mal hier schnell vor. Recolor ist natürlich nicht so, nicht so meins. Es ist immer das gleiche Auto in anderen Farben. Das bedeutet gleichzeitig weniger Geld am Portemonnaie. Und hier ist der Porsche. Porsche 935. Sehr schönes Teil. Gab es zuvor mal in schwarz. In rot. Und ich weiß nicht noch welche Farbe. Aber dieser Porsche 935 soll auch noch mal als Premium Auto kommen. Von Race Day. Und ist dann als schwarzes Auto auch ein Chase Car. Und das hier, was er gerade hier zeigt, ist die normale Version. Also es hat Plastikräder. Keine goldene Flamme. Und keine glitzernde Lackierung. Und dann gibt es das natürlich noch mal als Super Treasure Hunt. Vielleicht zeigt er das gleich. Oh, Lamborghini Raventon. Richtig cool. Ja, schon. Ja. Hat mich bisher am meisten beeindruckt. Ford Bronco. Und was hat der da noch drin? Porsche. Safari. Ja, den Super Treasure Hunt hat der hier am Anfang gezeigt. Das haben wir ja schon gesehen. Und so sah es aus. Das ist das Endcase. Und das wird demnächst auch im Laden zu finden sein. Darauf werde ich auf jeden Fall achten. Meistens, wo findet man sowas im Aldi. Meistens im Aldi, die neuesten Hot Wheels. Und manchmal Teddy immer noch, obwohl Teddy nicht mehr so aktuell ist. Und letztens haben wir ein Shell BGT 500 in Lila gesehen, im Markkauf. Ja, hier haben wir das P-Case, das kommt dann als vorletztes Case vor Kuh. Und hier haben wir einen sehr schönen Super Treasure Hunt in dieser schönen Farbe. Der Super Treasure Hunt ist natürlich richtig nice, der hat weiße Felgen mit so einer rosa Umrandung, Glitzer. Und das Auto innen drin hat natürlich hinten im Kofferraum zwei Hunde drin sitzen. Jeep Scrambler. Und wenn ich diese Autos hier im Laden sehe, dann weiß ich, wir haben das P-Case. Batman. Lowrider. Hier ist nochmal der Mazda drin. Manchmal ist auch das gleiche Auto wie vom vorherigen Case noch drin. Cadillac. Ist zwar schön, aber würde ich liegen lassen, weil ich habe den schon aus einem vorherigen Case in einer anderen Farbe. Die zweite Farbe finde ich jetzt nicht so schön, dass sie unbedingt auch noch mit muss. Auch mal hier der Lamborghini, Dodge Viper, Cabrio, schick, schick. Oh, Bugatti. Oh, das ist mal was Neues, Feines. Ein neuer Bugatti. Ja, der hat was. Honda, auch nicht schlecht. Und jeder sammelt ja immer für sich unterschiedlich. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sehr gezielt Autos mitnehme, nicht alles. Manchmal gehe ich aus dem Laden und habe einfach gar kein Hotwheel gekauft. Am Anfang war das schlimm. Da habe ich alles mitgenommen, weil ich nichts davon wusste. Habe einfach alles mitgenommen. Ja, 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 ja. Waterbomber. Ein paar neue Hotwheels sind dabei. Der Porsche ist auch wieder mit dabei. Sehr schön. Das ist mal was Neues hier. Ein schöner Jeep. Und hier ist nochmal Datsun Bluebird Wagon als normal. Normal in lila, aber sieht auch so schön aus, ne? Diese Reifen, ja, die Felgen, die Lackierung, alles sehr, sehr schön. Ich glaube, bisher optisch so der beste Datsun Wagon. Und hier Treasure Hunt, Ram, Rebel. Aber Treasure Hunt lasse ich auch liegen. Mich interessiert eigentlich nur Super Treasure Hunt. Obwohl Ram Rebel auch schon richtig nice ist, muss ich sagen. Von Hotwheels Rescue. Vielleicht überlege ich es mir nochmal anders, wenn ich es im Laden sehe. Und ja, darauf werde ich auf jeden Fall achten. Tesla Roadster in so einer schönen orangenen Farbe. Ob die passt, weiß ich nicht. Das Auto war ja einmal schon in Silber vorhanden. Und ich habe es auch in Silber und deswegen brauche ich es nicht nochmal in Orange. Aber ja, das war hier N-Case und P-Case im Schnelldurchlauf. Also Datsun, Bluebird Wagon in Spectra Flame. Lila als Super Treasure Hunt und Porsche als Super Treasure Hunt. Und dann kommen natürlich nochmal ganz viele Premium Autos raus und so weiter. Worauf man natürlich auch nochmal achten kann. Hier zum Beispiel diese Race Day Premium Autos. Da ist dieser Porsche 935 wieder. Und den gibt es natürlich auch nochmal mit der Nummer 0 von 5 als Chase Car. Ich weiß gar nicht, ob er das hier zeigt. Ob er zeigt, dass das hier auch als Chase Car ist. Nee, da hat der nur die... Da hat der nur die normalen Autos gezeigt. Aber nicht das Chase Car. Aber gut. Wisst ihr Bescheid. Kurzes, spontanes Video am Samstagabend. Das Q-Case gucken wir uns mal... Nee, das haben wir uns ja schon angeschaut. Genau. Q-Case haben wir uns schon angeschaut. Könnt ihr ein anderes Video. Dann gucken. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut und bleibt weiterhin gesund. Ciao.